Wenn ich eine Pinnwand erstellt habe, dann möchte ich die logischerweise ja auch mit anderen Personen teilen. Das funktioniert bei Taskcards insgesamt ein bisschen anders als bei anderen Plattformen, weil man in bestimmten Fällen nicht einfach nur den Link für die Taskcard hier oben raus kopieren kann. Das hängt jetzt stark davon ab, wie diese Pinnwand eingestellt ist. Also ich zeige das mal konkret. Wir gehen in die Einstellung der Pinnwand und ich sehe hier, es ist keine private Pinnwand. Wenn sie nicht privat ist, somit ist sie öffentlich. Sprich, jetzt funktioniert es tatsächlich, dass ich den Link hier oben einfach raus kopiere. Ich gehe mal in einen anderen Browser, wo ich nicht in Taskcards eingeloggt bin, tipp das mal hier ein und ich kann sehen, das hat jetzt wunderbar funktioniert. Das Ganze funktioniert allerdings nicht. Wenn ich hier eine private Pinnwand eingestellt habe, dann muss ich über die sogenannten Berechtigungen gehen. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Zuvor setze ich aber das Ganze hier mal privat. Ich habe zwar keine Möglichkeit, meine Pinnwand Passwort zu schützen, aber ich habe die Möglichkeit, über das Setzen hier auf private Pinnwand zu verhindern, dass hier jemand einfach mit dem normalen Link drauf kommt. Ich müsste jetzt in diesem Fall Berechtigung setzen. Ich demonstriere es jetzt aber nochmal, damit man einfach sieht, dass es jetzt tatsächlich nicht mehr funktioniert. Ich gehe rüber, ich trage hier den Link ein und aktualisiere das Ganze und es heißt, hier ist was schief gelaufen. Das heißt, jetzt muss ich die sogenannten Berechtigungen setzen. Berechtigungen, das finde ich hier oben auf dieser kleinen Tabelle mit dem Schlüssel. Das ist eine super geniale Funktion, weil ich jetzt hier nicht nur die gesamte Pinnwand freigeben kann, sondern auch nur Teile dessen. Wie das funktioniert, ist relativ simpel. Ich klicke hier unten auf das Plus und kann jetzt hier eine neue Berechtigung erstellen. Da kann ich einen Namen geben. Also angenommen, ich möchte das an eine spezielle Person schicken, die Person X, dann kann ich jetzt auswählen, sollen die Spalten, die hier unten aufgeführt sind, verweigert sein, also unsichtbar sein, soll die Person Leserechte bekommen, dass sie es sich nur anschauen kann oder sollen Schreibrechte vorhanden sein, dass die Person hier eben zum Beispiel auch eine Datei dazu laden kann. Das heißt, ich kann jetzt hier individuell setzen, bezogen auf die Spalten. Also hier sind genau die Spaltennamen, die ich in meiner Pinnwand vergeben habe und das Schöne ist, ich kann nicht nur die Spalte als Ganzes, sondern wenn ich hier auf die Pfeile klicke, auch die Unterpunkte, sprich die Task Cards, die in den jeweiligen Spalten drin sind, auch noch individuell setzen. Wir machen jetzt hier einfach mal ein Beispiel mit der Person X. Ich möchte, dass die Person X insgesamt eigentlich nur überall Lesezugriff hat. Ich möchte nicht, dass sie was verändern kann. Das Kontaktformular darf sie sehen, die Videokonferenz auch. Die Dokumente einzeln, die möchte ich nicht, dass sie sieht, die blende ich jetzt mal aus. Bei der anderen Dokumentenliste hier soll die Person auch noch was reinladen können, also kriegt sie hier Schreibzugriff. Und bei den restlichen Spalten soll sie einfach nur sich das angucken können, also lesen. Ich klicke auf Speichern und habe jetzt hier eine individuelle Berechtigung gesetzt. Sprich, die Person erhält nur die Auswahl, die ich jetzt getroffen habe. Und ich habe hier direkt diese individuellen Links. Also hier, wenn ich draufklicke, habe ich den individuellen Link. Ich könnte hier einen Einbettungslink mir noch generieren. Das zeige ich gleich noch. Und ich habe hier auch direkt den QR-Code. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir springen noch mal rüber und tippen jetzt hier diesen oder ich füge jetzt hier diesen individualisierten Link ein und ich sehe, die Person erhält nur das, was ich tatsächlich ausgewählt habe. Also hier hinten nur Lesezugriff und hier vorne die ersten Dokumente sind gelöscht und so weiter. Das ist ziemlich genial, weil ich kann also eine einzige Pinnwand erstellen mit unfassbar viel Material und kann durch das Erstellen individueller Berechtigung, also individueller Links, verschiedene Teile dieser Pinnwand für Personen einfach freigeben. Das ist genial, wenn ich zum Beispiel mit anderen Autorinnen zusammenarbeite, dann kriegen die natürlich Schreibrecht auf alles. Die Teilnehmer von meiner Veranstaltung zum Beispiel, die erhalten dann überwiegend nur Leserechte, außer zum Beispiel in Spalten, wo sie vielleicht selber ein Ergebnis oder ähnliches hochladen sollen. Ich kann jetzt hier aber nicht nur eine Berechtigung setzen, sondern auch, wie es gerade schon angedeutet haben, mehrere. Das heißt, die Person Y zum Beispiel, die soll jetzt komplett andere Rechte erhalten. Die soll jetzt überall Schreibrechte haben, wie gerade erwähnt. Das ist jetzt vielleicht eine Mitautorin, die ich habe. Das heißt, ich speichere das, erhalte hier wiederum einen individuellen Link, den ich mir kopiere. Ich gehe rüber, aktualisiere den hier oben mal und man sieht jetzt, ich habe hier durch das Plus überall die Möglichkeit, Dinge reinzustellen. Ich möchte das Ganze hier nochmal zeigen mit geteiltem Bildschirm. Also auf der linken Seite sind die Berechtigungen und auf der rechten Seite ist jetzt die geöffnete Pinnwand. Das heißt, ich kann auch im Nachhinein jetzt hier immer noch etwas verändern. Also ich habe der Person den Link geschickt. Aktuell sieht die Auswahl in der Pinnwand so aus und jetzt beschließe ich, dass diese Person im Laufe der Zeit zum Beispiel einfach mehr Spalten sehen soll oder weniger, je nachdem, was ich eben mit dieser Person vorhabe. Das heißt, ich kann hier auf die Berechtigung klicken und ich sage mal, jetzt sollen überall nur Leserechte sein. Das heißt, ich wähle hier global Leserechte und ich möchte, dass die Spalte 1 zum Beispiel gar nicht mehr angezeigt wird, die 3 auch nicht mehr, die 4 auch nicht mehr. Sagen wir mal, wir möchten nur Spalte 2. Das heißt, ich klicke jetzt oben auf Speichern und man sieht, rechts hat sich es direkt verändert. Das ist eine super geniale Funktion, wenn ich zum Beispiel in einer Fortbildung oder in einem Unterricht bin und ich habe eine riesen Materialsammlung und ich möchte das Stück für Stück freigeben, dann kann ich das hier über die Berechtigung tun und das Geniale daran ist, dass ich den Link dadurch nicht verändere. Sprich, der Link ist immer der gleiche. Ich habe am Anfang einmal den Link oder einmal den QR-Code geteilt, je nachdem, wie ich es mache und kann dann hier hin und her schalten. Das ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Kleiner Profitipp für zwischendurch. Ich muss jetzt nicht jedes Mal in die Pinnwand rein und muss hier die Berechtigung aufrufen und hier dann die entsprechenden Links rauskopieren. Das Ganze geht tatsächlich ein bisschen einfacher. Wenn ich in der Übersicht meiner Pinnwände bin, dann gibt es hier so ein Teilensymbol und wenn ich das anwähle, dann werden mir hier alle Berechtigungen, die ich gesetzt habe, angezeigt und ich könnte hier theoretisch auch nur eine neue machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Person Y anwähle, dann zeigt es mir das hier alles nochmal in einer schönen kleinen Zusammenfassung an und ich kann es direkt kopieren. Zum Schluss mal noch ein praktisches Beispiel, einfach damit du einen Eindruck bekommst, für was man das einsetzen kann, wenn man Berechtigungen setzt. Ich habe jetzt hier eine Pinnwand, die ist privat gestellt. Das heißt, ich muss über Berechtigung jetzt hier links verteilen. Ich habe hier eine ziemlich große Sammlung an Materialien, Aufgaben und Videos und wie man hier sehen kann, habe ich exemplarisch Schülerinnen und Schüler angelegt. Jetzt sagt mir meine Erfahrung, dass es nicht so geschickt ist, wenn jetzt alle Kinder und alle Jugendlichen hier die Spalten von allen anderen sehen, sondern was ich möchte, ist eine individuelle Auswahl. Sprich, der Arbeitsauftrag in der ersten Spalte, der sollte zu sehen sein. Die Wiederholung über dieses Lernvideo ebenfalls und dann soll ein Angelo zum Beispiel wirklich nur seine Spalte sehen und ansonsten nichts. Das heißt, ich kann aus dieser großen Inhaltsbasis mir jetzt Berechtigung generieren. Man sieht es jetzt, ich habe das hier schon alles angelegt. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Angelo hier nochmal rauspicke, klicke ich auf Bearbeiten und man kann sehen, er hat Leserecht auf diese ersten beiden Spalten, die ich gerade erwähnt habe und ein Schreibrecht auf seine eigene Spalte, weil er soll hier zum Beispiel auch seine Ergebnisse hochladen. Die Spalten der anderen Kinder oder Jugendlichen hier sind für ihn ausgeschaltet. Das heißt, ich klicke hier auf Speichern und kopiere mir seinen Link. Ich zeige das jetzt nochmal in dem anderen Browser. Hier bin ich nicht eingeloggt, das ist wichtig, sonst würde es mir die gesamte Taskcard beziehungsweise die gesamte Pinnwand anzeigen. Und man sieht, ich habe jetzt hier einfach eine Auswahl von dem, was ich eingestellt habe in den Berechtigungen. Das ist super genial, weil ich wirklich eine riesige Inhaltsbasis anlegen kann und am Ende nur das einstellen kann, was die entsprechende Person oder die entsprechende Zielgruppe denn dann auch braucht. Bis zum nächsten Mal, 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 bis Bis zum nächsten Mal.